Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Facevoodoo und zwar heute haben wir, oder ehrlich gesagt, das ist schon etwas länger her, irgendwie schon so zwei Monate, aber ich habe das Video noch nicht geschnitten, ich habe es erst wieder neu gefunden, aber wir haben vor zwei Monaten oder so mal eine Runde auf PC gespielt und das war keine schlechte Runde. Schaut einfach selbst, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ich glaube, ich werde das wechseln, weil auf drei und vier, fünf kommt man easy, das war nicht, der hatte einen AP, ich habe den 333er jetzt gegeben. Ich komme auf eins, richtig easy. Aber auf zwei komme ich schnell. Ich komme auf eins, richtig easy, auf zwei wird kein Indisch. Äh, V, I thought I did take a chance. Ein jetzt, ich habe den 3 Stoß, ich habe den 3 Stoß. Wieviele hab ich 3 Stoß? Mit mir, dass meine Schwerge aus ist. Ich mache den 4. Ich mache den 4. Ich mache den 3 Stoß. Häh, 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 Häh... Häh, 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 Häh! Oah, hab ihn. Jawoll, Kian. Aufwärts. Inselkamer. Im nächsten Gegner. Der von oben ist noch. Hab ihn. Da oben haben wir leid. Ey, da oben hat zwei jetzt. Der von oben ist noch. 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 So, stopp. Mach schon den Break. So, stopp. So, stopp. So, stopp. So, stopp.